Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Death Coming. So, weiter geht's. Ich hatte eben schon einen kurzen Versuch, den ich abgebrochen habe, weil es einfach super schief lief. Also viel, viel schlechter als letztes Mal. So, ich hoffe diesmal kriege ich es gut hin. So, die Frage ist, wie machen wir es? Ich bin gerade am überlegen, ob wir erstmal diesen Typen hier loswerden. Ich glaube, das machen wir mal. Wenn der weg ist, dann haben wir das schon mal erledigt. Und dann können wir nämlich... Ah, verflixt. Moment, okay, wenn er zurückkommt, dann mache ich das. Nein! Komm zurück! Einmal. Ja, okay, den hätten wir mal weg. Also kommen wir jetzt jederzeit an diese Maschine. Gut, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Hier ist gerade eine Führung. Da wäre natürlich geil, wenn wir möglichst viele von denen auf einmal erledigen können. Ja, da weiß ich halt nicht, ob die irgendwann hier langlaufen. Dann wäre es natürlich mega geil. Okay, das kann ich ja schon mal kaputt machen. Okay, dann kann er sich die Vase holen. Ich weiß gar nicht mehr, was das dann bewirkte. Achso, ich bin wieder dran. Okay. Hier sind ja auch gerade viele, aber eigentlich nicht so viele, ne? Ach, ich weiß auch nicht, ist alles so schwierig. Ich will es nicht vermasseln. Okay, da haben wir jetzt eine Bombe. Das ist ziemlich geil. Wenn wir da irgendwann mal viele stehen haben, können wir die da verwenden. Okay, das ist auch sehr gut. Die Bombe liegt jetzt hier. Das bedeutet nämlich, dass wir hier ganz viele töten können irgendwann. Mit dem ganzen Skelett, was dann auf die drauf fällt. Das ist sehr cool. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder das. Okay. Und dann dieses hier. Oh, ich dachte schon, dass wir die mit umbringen. Oh, er ist ja sogar schon da drin. Ja, dann hau mal rein, ey. So, der hat jetzt auch sein Stück vom Glück. Okay, dann können wir mit ihm jetzt das machen, dass er zum Werwolf wird. Ist der Typ auch da? Den wir da erwischen wollen? Ich glaube, der treibt sich ja immer da rum. Von daher. So. Okay. Das ist ja echt alles nicht so einfach, ne? Man denkt, oh ja, ich bringe einfach ein paar Leute hier um in dem Spiel. Aber nee, nee. Hier muss man echt strategisch vorgehen. So. Und dann noch mein Hauptziel. Oh, schade. Die hätte man noch erwischen können. Ah, verflixt. Ein ganz bisschen später hätte ich nur anfangen müssen. Naja, egal. Kann man nicht ändern. Ich hoffe nur, dass wir es schaffen. Diesmal die 68 Leute umzubringen. So, okay. Äh. Ach ja, genau. Sie soll ja streamen. Äh. Das war ja er. Genau. Der Schlüssel. Okay. Jetzt kommen die da durch. Und jetzt kommt sie mit ihren Leuten. Und dann werde ich diesmal versuchen, das hier hinzubekommen. Oh Gott, hoffentlich kriege ich es hin. Äh. Ja, ja, ja. Alle. Ja, geil. Das war richtig effektiv. Okay, jetzt müssen wir ab jetzt vorsichtig sein. Die Engel kommen. Das heißt, wir dürfen nicht mal draufklicken, um irgendwas zu aktivieren, ne? Oh, okay. Ja, komm, ruhig, komm. Ich freue mich auf dich. Ach ja, genau. Den wollten wir ja auch erwischen. Das war einer von den dreien. So. Das läuft doch schon mal super bisher. Hier unten müssen wir jetzt immer drauf achten, weil das ja super rentabel ist. Das können wir auch direkt noch machen. Ah, ich habe den schon wieder nicht erwischt. Das gibt es doch einfach nicht. Oh, verflixt. Okay, jetzt stehen die da. Das bringt nicht so viel. Vor allem, da man das ja nicht so häufig benutzen kann. Das müssen wir uns sinnvoll einteilen. Damit wir da sehr viel von haben. So. Oh, Vorsicht. Nichts auswählen. Das gibt gleich schon Ärger. Ja, okay. Dann kann ich das jetzt gerade nicht machen. Das ist... Ach ja, genau. Ach so. Ach, in einer anderen Richtung hätte ich damit wahrscheinlich noch wen killen können. Ah, verflixt. Naja, fürs nächste Mal. So, und jetzt hier. Jetzt sitzen die auch... Ne, jetzt sitzen sie nicht mehr da. Dann ist es nicht so rentabel. Moment. Okay. So, die ist weg. Jetzt kommt doch... Mann mit dem Tisch. Und dann sollt ihr da sitzen, bitte. Und nein. Und jetzt kommt natürlich wieder der Engel. War ja klar. Ne, jetzt kann ich wieder nicht. Ah! Ich mach jetzt erstmal woanders. Ähm. Zum Beispiel. So, da hätten wir die beiden. Okay. Oh, da steht gerade wer. Goll. What the fuck? Okay. Die haben jetzt natürlich Angst. Die gehen dann nicht mehr in die Nähe. Oder? Oh mein Gott, sind hier gerade viele. Mal kurz gucken, wo die lang gehen. Ja, geil. Okay, da haben wir auf jeden Fall eben auch nochmal einige erwischt. Ich glaube, das hat sich gelohnt, das in dem Moment auszulösen. Ja, kommt nur, kommt, kommt. So dumm, ey. Laufen immer noch rein. Ja, du auch, nur komm. Ja, schade. Okay, Vorsicht. Nichts auswählen hier. Ah. Ui. Cool. Den hat's auch noch erwischt. Ach, verflixt. Das war zu weit an der Seite. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, ob ich das hier für Einzelpersonen wirklich nutzen soll. Ach so, das hat doch nicht gereicht. Damit das Ding runterfällt. Ich dachte, dadurch würde es runterfallen. Vielleicht benötigt man noch eine Explosion. Das ist natürlich krass, ne? Mehrere Explosionen hier. Nicht ohne ist das. Oh. Nee, ey, das gibt's doch nicht. Jetzt kommt schon wieder der Engel. Die wollen einfach nicht, dass ich das verwende hier. Das gibt's nicht. Na gut, dann gucken wir erstmal nochmal woanders. Okay. Hier sitzen die rum. Ach, verflixt. Sie war da gerade vorbeigelaufen. Ich hätte sie schön umbringen können. Komm nochmal. Ja. Haha. Sorry, ist natürlich überhaupt nicht zum Spaß. Nein, nicht draufklicken. Oh, geil. Cool. Das hatten wir noch gar nicht ausprobieren können. Nein, nichts auswählen. Was mich verraten könnte. Ah, scheiße. Okay. Gut. Wow. Ach so. Okay. Das war nochmal eine Person, die wir erledigen wollten. Gut. Diesmal läuft es echt ziemlich gut, würde ich sagen. Jetzt nochmal hier die Frau rufen und gut, die ist auch erledigt. Oh. Ja, geil. Oh, verdammt. Okay, noch mehr Engel. Bei wie viel sind wir denn jetzt? 42. Das ist ja ziemlich gut, muss ich sagen. So. Oh nein. Verflixt. Aber ich hatte keine Wahl, sonst wäre ich bemerkt worden. So. Da ist nochmal wer gefressen. Okay. Hier laufen ja gerade wirklich viele rum. Oh Gott. So gruselig hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hindrücken soll. So viele Engel. Geister, wollte ich gerade sagen. So viele Geister. Okay. Wenn nicht, gucken wir hier jetzt nochmal. Aber da ist gerade so leer. Das lohnt sich gerade nicht. Oh. Oh, da. Hm. Verflixt zu spät. Oh, was macht der denn da? Das kann ich leider nicht benutzen. Okay. Da haben wir nochmal wen getötet. Hier müsste es ja eigentlich auch nochmal wer anlehnen. Könnten wir da auch nochmal wen erledigen? Ach, verdammt. Okay. Da ist nochmal wer tot. Ah, jetzt lehnt sich gleich wer an. Aber leider kommt auch gerade wer. Also, ich meine ein Engel. So, okay. Oh, geil. Ist hier gerade viel los. Moment. Ja, 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 ja. Komm. Komm, Dracula. Erledige sie alle. Oh, da drüben geht auch gerade. Oh, schade. Sie ist weg. Okay. Egal. So, ich freue mich viel zu sehr darüber. Mega-Gill. Sehr schön. So. Hier weiß ich ja auch noch nicht, wozu das eigentlich ist. Jetzt habe ich es einmal gedreht. Und? Was ist jetzt? Keine Ahnung. Geil, super cool. Okay, da haben wir nochmal einige gekillt. So, nochmal jemand. Okay, Vorsicht. Ähm. Oh, da kann ich jetzt nicht drücken. Ist alles zu gefährlich hier. Da will ich jetzt gerade nicht drücken. Ich weiß nicht mehr, was das auslöste. Ach, ne. Ist ja schon leider passiert. Ach, schade. To make these people vanish. Ich weiß nicht, wen es jetzt erwischt hat. Aber irgendwer ist weg. Ach, schade. Das geht nicht nochmal. Okay. Was haben wir denn noch? Wieso geht das nicht? Ich verstehe nicht, was ich hier falsch mache. Irgendwas habe ich hier nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Oh, okay. Da läuft ab und an nochmal eine vorbei. Die können wir natürlich noch erledigen. Okay, Vorsicht. Ja, super. Aber wir haben erst 61. Wie sollen wir hier noch sieben Leute umbringen? Ah, hier zum Beispiel. Nein, du sollst dich nicht da anlehnen. Okay, ähm. Ne, das ist leider auch schon weg. Hm. Hier, wenn Leute halt vorbeilaufen, da könnte man nochmal was verwenden. Ah, verflixt. Und hiermit ist ja wahrscheinlich noch irgendwas, aber... Ah, verflixt. Das war knapp. Huch. Habt ihr es gehört? Ich glaube, eben ist wirklich irgendwo was passiert. Ja, geil. Okay, da haben wir nochmal... wen runtergekickt. Uns fehlen noch sieben. Das muss ja wohl möglich sein, ey. Dass wir hier noch sieben Leute umbringen. Ah, Mann. Geh da hin, Mann. Ich brauch dich da drüben. Ah, schade. Scheiße. Das gibt's ja nicht. Oh, nein. Ah, nein. Verflixt. Okay, da ist halt noch die Bombe, aber... Zwischendurch sind hier so komische Geräusche, als wenn noch irgendwas aktiviert werden würde. Ah. Okay. So, da hätten wir nochmal zwei. Oh Mann, es fehlen nur noch fünf. Komm schon. Wow. Okay, cool. Komm hier rüber. Ja, geil. Komm schon. Nur noch drei. Kommt hier her. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche euch wirklich dringend hier vor dieser Pyramide. Ach, scheiße. Okay, die ist zu weit weg, definitiv. Vielleicht kommt der hier kurz her. Sie hängt immer noch da unten ab. Ach, nee, okay. Es ist leer. Kann nicht mehr verwendet werden. Alles klar. Kein Problem. Kann ich mit leben. Wir finden schon eine andere Möglichkeit. Ach. Verdammt. Nein. Nein. Okay. Okay. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Kommt zum Geld. Kommt zum Geld. Ah. Ich brauche nur noch einen. Ich brauche nur noch einen. Einen. Ach, scheiße. Ich will nur noch einen. Das muss doch möglich sein. Will nicht hier jemand drauf? Bitte sehr. Bitte sehr. Und sie? Sie. Komm. Lehn dich dagegen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die 68. Oder? Ja. Gott sei Dank. Okay. Ja. Also ich gucke noch ganz kurz, ob hier irgendwas ist. Aber ich will auch jetzt vorsichtig sein. Ich will nicht, dass wir jetzt noch sterben. wegen irgendeinem blöden Fehler. Hm. Die laufen hier jetzt noch mal lang. Das könnte es sich vielleicht lohnen. Aber ich sage mal, bis zum nächsten schaffen wir es sowieso nicht. 76. Okay. Das hat nicht so gut funktioniert. Und keiner will an das Geld. Bisschen seltsam. Der geht immer... Nein. Oh, das habe ich verpasst, ne? Oh. Okay. Okay. Einen haben wir uns noch geholt. Was steht da? Hm. Ist echt sehr seltsam. Verstehe ich irgendwie nicht, was es damit auf sich hat. Schade, dass das nicht funktioniert hat. Ah. Ah, cool. Es hat jetzt doch geklappt. Wie cool. Na, immerhin, ne? Jetzt haben wir schon 70. Aber jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was wir tun könnten. Es ärgert mich, dass wir das hier nicht kaputt bekommen haben. Das wäre noch spannend gewesen, zu sehen, was dann passiert. Naja, gut. Wir haben es aber geschafft. Da, 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 da. Und was kommt als nächstes? Ich bin sehr gespannt. Was ist das? Bonus. Vorwärts führe mich in den Kampf. Äh. Es ist an der Zeit für unsere Rache. Wie viele Engel kannst du töten? Du kannst grüne Engel töten, um mehr Zeit zu erhalten. Du kannst rote Engel töten, damit deine Waffe besser wird, wenn... Hm. Äh. 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 Ich töte euch alle. Blöde Engel. Wow, es sind so viele. Geil. Das macht mega Spaß. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Nein. Oh, den hätte ich fast verpasst. Tun die mir gar nichts? Ah. Ah. Okay, das ist, wie viele an mir vorbeikommen. Ich glaube, sobald 100 vorbei sind an mir, ist es wahrscheinlich vorbei. Oh Gott, sind das viele inzwischen. Das macht trotzdem mega Spaß. Wow, wie geil. Oh, ich habe Explosionsgeschosse. Wie cool. Oh, schade. Jetzt sind es wieder die Automaten. Die Explosionsdinger waren ja mega geil. Oh Gott, ich kriege langsam hier einen Krampf im Arm. Ach so, oder wenn die Zeit natürlich vorbei ist. Boah, sind die schnell inzwischen. Wenn die Zeit vorbei ist, ist es auch hinüber natürlich. Okay, wir müssen versuchen noch mehr von den Viechern mit. Oh, geil. Oh, ich kann gleich nicht mehr meine arme Finger. Und ich habe keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr. Oh, geil. Ich habe wieder die. Oh, da kommt noch ein bisschen Zeit. Nicht viel, ein paar Sekunden. Aber besser als nichts. Da, da, da. Ach, schade. Der war viel zu schnell. Konnte ich nicht mehr erwischen für mehr Zeit. Oh, ich glaube, ich habe noch... Ne, ich habe nicht noch mal Zeit. Aber egal. Es lief, glaube ich, gut. Ich meine, okay, wir sind nicht annähernd hier in der Best-of, also in der Liste. Aber egal. Oh, eine Weihnachtswelt. Aber die probieren wir natürlich in der nächsten Folge von Das Coming aus, meiner Lieben. Ich freue mich schon drauf. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 .